Jo, das geht doch schon richtig gut los. Ah, ich bin zu langsam. Nein, nein! Hey Leute! Was geht? Claudia Müllett. Dania und... Claudio. Ja, heute mal zu dritt Among Us wieder mit euch. Ich habe jetzt auch mal ein neues Outfit. Der Ero steht dir, solltest du öftiger... öftiger? Öftiger! Oh, gutes Deutsch! Gutes Deutsch! Er läuft gerade bei mir, mein Gehirn ist gerade noch nicht ganz anwesend. Man merkt es. Ich muss erst mal einen Tee trinken. Okay. Wir spielen heute alle Maps, bis auf die Mira-Map. Spielen wir alle ein bisschen durcheinander. Und was fangen wir an? Mit Airship? Ja, mit Airship. Bis auf Mira, hast du gesagt. Okay, Mira ist das, wo man ganz viel wenden kann, oder? Ja, genau. Das ist die Map, die wir eigentlich ganz selten spielen. Okay, danke. Eigentlich fast nie. Viel Erfolg, Dania! Joooooo! Das geht doch schon richtig gut los! Ich glaube, ich starte hier in Cargo Bay. So. So. Mal gucken, ob Dania hier eine Fake-Tast macht, oder? Nein, es sieht gut aus. Okay, sehr gut, Dania. Dania macht das auch sehr gut. Was ist gerade jetzt da rübergegangen? Das ist natürlich... Ich bin ganz neuerlich zu viele Menschen. Ich bin fast wie zu Hause, wo ich auch die schmutzigen Handtücher wegräumen muss. Wuuu! 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 Ey, das machst du Spaß! Los! So, hier sind wir fertig. Das heißt, wir müssen doch einmal Cargo Bay. Oh! Da hat's jemals instant gefixt. Super! Wuuu! 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 Komm, ich... ich... ich vertraue dir! Also, ich werde dich decken. Ich werde dir nichts sagen. Wenn es ein von euch erwischt. Wuuu! Es gibt aber auch nur einen Imposter, ne? Wo ist denn Lifelines nochmal hier? Okay, jetzt hat den noch immer niemand gefunden. Das finde ich ja schon mal sehr positiv. Ein bisschen Taskfragen. Hm... Was ist das? Wuuu! 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 Okay... Wo? Electrical. Electrical? Ja, liegt seit... Also, auf jeden Fall länger als 30 Sekunden dort. Also, Tessa war auf jeden Fall mit Danja und mit Anna bei Camps vorher. Drei Sekunden vorher. Das heißt, es kann natürlich auch... Obwohl, nee, Tessa hat gefunden. Sorry, Tessa hat gefunden. Entschuldigung. Tessa hat gefunden. Also, ich hab, äh... Ja, genau das stimmt. Ich war bei Camps. Stand da, glaub ich, auch relativ lange rum. Mhm. Und ich hab, also, du siehst dich ja auch selber in den Camps, wenn du, ähm, halt da drauf gehst. Und da hab ich Kahn gesehen, ich hab Anna gesehen und ich hab Tessa auch kurz gesehen. Also, ja, die Aussage stimmt. Oh, danke, dass ihr sagt, ich seh cool aus. Vielen Dank. Claudio, wo warst du denn? Äh, ich war... Ich bin halt so ein Cargo-Way gespawnt, dann bin ich zu Electrical gegangen, hab da zwei Tasks gemacht, dann war ich in Showers, hab drei Tasks gemacht und ja... Ich schau aus drei Tasks. Ja, äh... Welche denn? Äh, äh... Wäsche aufheben, Kabel binden und, äh, dieses Power-Ding. Ich weiß, wie ich es beschreiben soll, aber da drück ich einmal auf den Schalter, dann geht das. Mhm. Also, Claudio ist wirklich bei Dings gespawnt, wir sind zusammen gespawnt. Also, Luisa und Kiba würde ich eigentlich auch ausschließen, weil die waren zwischendurch bei Meeting-Room alleine. Ja, die hab ich nicht gesehen, glaub ich. Deswegen würde ich Isabel, also Isabel und Anastasia natürlich auch noch. Bei mir waren ganz viele, das war auch mein Fehler, weil ich hab... Weil ihr könnt ja hören, wenn jemand die Treppe hochgeht... Ja, stimmt. Ich skippe erst mal. Ich hab's gehört und bin nicht dahin gegangen, das war echt mein Problem, also, das war meine Schuld. Also, ich skippe. Also, Kahn kann ich eigentlich auch, weil normalerweise hätte er mich schon gekillt. Ja, wir waren ja auch zu dritt, zu viert da, wir waren mit Anna und Tessa da, die hätten das ja gemerkt. Aber waren wir nicht am Anfang auch zusammen bei Records? Ja, ganz kurz, ja, ganz kurz, aber der Kill war ja bei Electrical und dann hätte das Tessa oder Anna sehen müssen. Ja. Okay, also, ich vermute Anastasia wieder, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Es kann natürlich auch wieder Anastasia sein. Ich kann auch gerne hier stehen bleiben, Lisa. So, 20 Sekunden. Wartest? Mann, jetzt haben mich alle mit ihr gesehen, Mist. Ich lass mich auch mal hier gehen. Nein, Luisa, warum folgst du mir denn? Ganz schnell weg. Puh. So, ich bin fertig mit meiner Tasche. Das heißt, ich kann mich an die Camp stellen. Ah, na. Bisten Records. Okay, da ist gerade orange gewesen, glaub ich, oder? Ein Fault. Hab ich das richtig gesehen? Anastasia ist ein Fault. Isabel durchkreuzt. Okay, Isabel ist natürlich auch noch. Blau ist auch noch sass. Aber es können alle gewesen sein. Bei einem Impostor, finde ich, ist das immer sehr, sehr schwierig. Bis zum nächsten Mal. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann ja nicht nur Dunia sein. Mein Hall, schnell zu Mein Hall, da sind zwei Leute, schnell zu Mein Hall. Da ist irgendwas passiert, bin ich mir sicher. Ne, nichts passiert. Herr, wo liegt sie denn? Da! Ja. Es muss Anna sein, sicher? Dania, wo bist du? Hörst du mich noch? Ja, ich hör dich, sorry, ich musste erst mal nachlesen. Ja. Und schau, was wir mit Claudio reinkommen, ich war mit Anna unterwegs. Ich würde eigentlich dich sagen, also ich würde dich eher als verdächtig sehen. Klar, ich, weil, warum auch nicht? Ne, weil, schau mal. Tessa saft mich leider gerade. Wie bitte? Tessa saft mich gerade. Ne, es gibt keinen Double Kill. Für mich ist es irgendwie nicht Anna. Ja. Also ich kann es jetzt auch immer noch nicht sagen, tatsächlich. Ich habe dich gesehen. Ja. Ich habe Anna gesehen. Aber ich war nicht mit Anna alleine, sondern ich war kurz mit Anna und Tessa und dann war ich ziemlich lange mit Tessa. Wen ich nicht gesehen habe, ist Isabel. Ja. Warum ich halt auf dich komme, ist halt, weil du zusammen mit Lime warst im Meeting Room, ihr seid zusammen runtergeslidet. Ja, wir waren auch ziemlich lange. Zu dritt. Waren ziemlich lange und dann, ich weiß aber nicht mehr, weil die Runde war jetzt ziemlich lang. Irgendwo habe ich Lime dann zwischendurch verloren. Okay. Ja, weil, ähm, Lime ist schon über zwei Minuten tot, deswegen. Lime liegt schon seit zwei Minuten irgendwo. Kahn ist relativ frisch, so 30 Sekunden bis eine Minute, würde ich schätzen. Ja. Aber gut, Anna ist sowieso jetzt raus. Wir sehen es ja. Ich hoffe, es war Anna. Also ich habe vergessen zu voten, aber... Also ich würde... Ich würde Isabel verdächtigen. Weil alle anderen waren, glaube ich, viel zusammen. So. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fertig. Okay. Zehn Sekunden macht Sinn. Oh nein, tue es nicht. Bridge. Engine. Nein! 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 Ja, Daniel, das war, glaube ich, nicht so klug von dir. Da brauch ich doch gar nicht überlegen, sondern ich bote dich. Warum? Ja, du, weil du hast den einzigen Sass, den du noch hattest, hast du weggemacht. Das war nicht so clever. Warum? Nein, Daniel, du bist es schon. Ich habe auch in die Kamera gesagt, schon in der ersten Runde, warum Khan dich so beschützt. Weil ich glaube, er hätte killen erwischt oder so. Was? Nee, Khan hat mich nicht beim killen erwischt. Hat er nicht? Nein. Okay, weil er hätte voll beschützt. Sag mir so, hä, da kann irgendwas nicht stimmen. Warum beschützt Khan dann ja so? Nein, hat er wirklich nicht. Also, er hat sich einfach noch nicht damit gerechnet. Also aus meiner Perspektive hat es halt nur Sinn gemacht, dass du es bist. Deswegen. Ich kann es ja nochmal versuchen. Du hast ja noch die Chance. Ich bin ja noch lange genug. Ich glaube aber, wir drei haben die schon gewartet. Ja. Ist auch so. Ich worte trotzdem an der Fabian. Oh, irgendjemand hat geskippt voll nett. So, Danja, aber war ein guter Versuch. Ja, war knapp jetzt. War jetzt blöd, dass ich Isabella erwischt habe. Aber ich habe halt gesehen, dass ich mich ein bisschen beeilen muss, ne? Ich habe ein bisschen Stress bekommen. Ja, Danja, es war nicht schlecht. Ja. War nicht schlecht. Eigentlich stabil. Ich war halt einfach zu langsam wieder. Und habe dann Stress bekommen gegen Ende, weil ich gesehen habe, wie weit ihr mit den Tasks schon seid. Eigentlich darfst du keinen Stress bekommen, weil die Map ist riesig. Also bis man irgendwo ankommt. Dann dauert es ja noch Ewigkeiten. Ja, aber ich wusste halt auch, es sind noch fünf Leute. Und dann ist es okay. Ja, okay. Wir wechseln die Map und spielen wieder mit zwei Impostern auf Polos. Okay. Okay. Jo, das sieht doch gut aus für mich heute mal endlich. Schöne Sache, meine liebe Freunde. Das ist doch jetzt mal eine schöne, schöne Geschichte. Oh, ich kann mich überhaupt nicht mehr an diese Map hier erinnern. Ach ja, da ist ja Elektrokelder oben. Ach, bitte nicht. Bitte nicht so schnell. Bitte, ich will doch auch mal ein bisschen spielen. Ich Evet, das ist super schön. Oh, diese Map ist so klein. Oh, Anna hat reportet. Bei Anna bin ich mal ganz vorsichtig. Würde ich auch tatsächlich sein. Also Isabel ist safe, war die ganze Zeit bei mir. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das macht auch nicht viel Sinn. Nein, sorry, 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 nein. Luisa war bei mir. Entschuldige, Luisa. Ich habe Likes gefixt, Claudio. Also ich habe gesehen, dass Anna weggelaufen ist von den Likes, als sie gesehen hat, dass ich sie fixe. Ja, aber weißt du, wie Anna dann stande? Ich bin kurz durch ihren Kegel gelaufen. Sie stande genau zwischen Security und Electrical, so als ob sie uns beide beobachten würde. Mhm. Also sie stand da einfach nur. Deswegen habe ich gerade gefallen. Okay, gute Beobachtung. Mhm. Warum blau? War jemand von euch mit blau unterwegs? Nee. Also ich glaube, ich habe Jojo gesehen und entweder Luisa oder Tessa. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich war jetzt mit zwei Leuten auf jeden Fall bei, äh, bei diesem Fernglas. Laboratory. Mhm. Okay. Okay, mal gucken, ob Anna was dazu schreibt. Achso, meinst du, sie hat das, sie hat das gar nicht sehen können, ne? Nee, nee, das kann sie auch gar nicht sehen. Aber wie hast du das gesehen? Ich bin durch ihren, äh, Kegel gelaufen. Ich bin durch ihren Lichtkegel gelaufen, also sie stand da noch. Ja, ich weiß. Ab Ende einfach Anna und Claudio. Boah, ist ja mies. Ja, gut. Und der schmeißt. Nein, also so aggressiv würde Claudio, glaube ich, nicht vorgehen. Nein. Nee, ich habe auch, ich habe auch geskippt. Ich habe sie nicht gewartet. Nein, warum wartet ihr sie? Nicht so früh. Das ist doch nur ein Verdacht. Ja, du hast hier die ganze Zeit gesasst jetzt im Chat. Ja, aber nur ein Verdacht. Bei neun Leuten worte ich nicht. Ja, aber trotzdem. Weißt du doch. Ja, spielst wahrscheinlich den anderen Impostern in die Karten. Wahrscheinlich. Ich kann mir wieder vorstellen, dass es Danja ist tatsächlich. Weil warum hat sie das gleich, warum hat sie Leipzig angemacht? Ich guck, ich geh mal schnell Spacimen rein. Kindergeräusche ja gerne mal ja schon alles drauf anziehen. Nee? Da muss ich weg. Musst ja dringend weg. тру, die Tiere alle zusichigen. Und Stromleute. Und besser ges bor半corporations-asc berechnen. Ich mache jetzt meine Tasks. Okay. Okay, also ich kann Tessa und Jojo kann ich saven. Genau, Tessa, Jojo, Cannes fallen raus. Dann bleiben Danja, Isabel, Apple und Claudio. Ja. Also ich war am Anfang kurz mit Lisa. Diese Runde mit dir. Ja, also sie war am Anfang kurz mit mir. Also ich weiß nicht, ob wir gerade richtig lagen tatsächlich bei Anna. Ich würde immer noch skippen. Aber auch, dass Danja die Leid so eben nicht gefixt hat, das macht mich auch ein bisschen... Was, dass ich die Leid so eben nicht gefixt habe? Bin ich hier der Elektriker vom Dienst oder... Bist du auch stumm, Danja, falls du mitreden willst? Ich red die ganze Zeit. Hast du was gesehen? Ich hab nichts gesehen. Wo warst du, Danja? Hä? Wo warst du? Wann, was, wann? Wann jetzt? Die letzten zehn Sekunden. Also jetzt die allerletzten Sekunden bin ich gerade runtergelaufen. Ähm, und hab auch gerade die Leiche gesehen und du hast sie jetzt gerade reportet. Wollte gerade wieder umdrehen. Woher kamst du? Von oben. Also, äh, ich bin von... Oh, warte, jetzt muss kurz werden. Ich bin von rechts reingelaufen, da wo, äh, die... Die Leid sind und ich wollte dann aber erstmal weiter zu Camps gucken. Und bin dann kurz bei Camps gewesen und bin dann runtergelaufen. Das heißt, du bist nach mir reingekommen. Genau, dann bin ich vorbeigelaufen und hab das gesehen, wollte gerade eigentlich reporten, war dann aber schon vorbeigelaufen und dann hast du schon reportet. Hm, blau schreibt auch irgendwie nichts. Apple left the game. Das heißt, eine Post ist immer noch drin. Oh, wird schwierig. Nein, wieso voten wir denn random? Wer hat mich gevotet? Wast du das, Claudio? Ja. Hast du dich nicht gerade drüber aufgeregt, dass Leute voten? Ich glaube, Claudio ist es. Ich glaube, Claudio ist es. Nein, warum musst du dir sie rauswerfen? Nein. Äh, Claudio? Ja? Kurze Frage, kann dich eigentlich jemand saven? Nö. Also du, Jojo und der andere müssten mich eigentlich saven, weil ich ja von rechts stande und das müsste jemand gemacht haben, der die Lights gefixt hat. Der Kill muss dann passiert sein, Kahn. Hm, ich weiß nicht. Ich finde, du bist ein bisschen sass gerade. Okay. Für mich ist es immer noch Daniel leider. Also Daniel kann es auch sein, aber ich habe das Gefühl, dich kann keiner saven irgendwie. Ja. Bei mich konnte mindestens in der letzten Runde jemand saven. Und du springst direkt bei mir auf meine Argumentation immer ein. Normalerweise machst du das nicht immer direkt. Na gut, Kahn. Dann wollte ich mich wieder mal raus. Gut, ich... So, für mich ist es, kann es schon Tanja sein. Kann niemand anders leider sein. Tessa, Kahn und Jojo sind safe. Das heißt, nur Tanja. Außer Kahn spielt, ist klug. Okay. Ich glaube, es ist Claudio. Wer war die zweite Person, die gerade für mich gebautet hat? Das wäre jetzt mal wirklich spannend, das zu erfahren. Wer von euch war das? Wer war das? Ich glaube, es war das. Ich vermute hier jetzt erstmal rauszugehen tatsächlich. Fährst du in den Camps? Ich. Kahn, du musst dir ja jemanden gesehen haben, der von unten kam, oder? Ja. Wer war es? Tanja. Tanja ist gewandet. Okay, gut. Wo bin ich... Nein. Was? Warum bin ich jetzt gewandet und warum... Also das musst du mir jetzt mal bitte erklären. Wo liegt denn die Leiche? Ich habe keine Leiche. Er hat einfach nur die Mörche-Zie gemacht. Ja, weil schau mal, unter Admin da, unter den Wasserrädern bist du gewandet. Ich bin nicht... Unter Admin, links bei den Wasserrädern. Du bist einfach rausgekommen. Ich bin fünf Sekunden vorher reingelaufen, kann, musst du auf Cam gesehen haben. Ich bin nicht gewandet. Ich kam gerade aus Specimen. Specimen? Hä? Ich kam gerade aus Specimen. Ich war bei den Admin-Pools, bin da rausgelaufen und dann einmal kurz runter, weil ich eigentlich nach unten wollte und bin wieder hochgelaufen. Aber was wolltest du denn unter Admin? Was wolltest du denn da? Mann, ich laufe einfach so dumm rum und gucke mich um. Ja, aber... Hm, das ist für mich nicht logisch. Ich habe meine Tasks fertig. Ich gucke mich einfach um. Ja, aber unser Admin, was soll man denn da schauen? Mann, Alter, ich habe die Map nicht im Kopf. Jetzt komme ich schon wieder mit Danja, es gewandet um die Ecke. Mich regt das richtig aus. Ja, nicht gewandet. Mir wird das ständig unterstellt und ich bin einfach nicht gewandet. Ja, dann bist du eben nicht gewandet. Aber was machst du denn da unten? Alter, ich laufe rum und gucke. Da unten ist aber nichts. Das macht mich, ja, da unten ist... Also wir haben nur noch einen Imposter, das ist schon mal gut. Ich glaube, Tessa ist es nicht, ich bin es auch nicht. Das heißt, einer von euch beiden habe ich das Gefühl. Ich hab ein paar Ecke. Also wenn du das immer auf mich aufgezogen. Und wir haben auch noch eine Ecke. Das hat mich den Kupack. Ich mache meinen Kupack. Und wir haben jetzt den Kupack. Und wir haben jetzt mal eine Ecke. Und ich mache das, das ist natürlich ein bisschen zu öffnen. Und ich nehme mich dann einen Kupack. Und ich nehme das, ich kann jetzt... Also sehe ich mir, wenn ich das jetzt noch was. Kahn, komm mit, lieber. Komm mit, komm mit. Vertraue mir, komm mit. Ich gehe nicht mit. Ich bleib bei Danja. Weil entweder werde ich gekillt oder... Ey, warum guckt ihr hier die ganze Zeit? Das nervt mich. Ich weiß nicht, was das war hier. Ja, jetzt läuft Kahn die ganze Zeit mit mir mit. Toll. Danke dafür, wirklich. Danke für nix, Kahn. Ich kann mich nicht einfach mal in Ruhe lassen. Okay, okay, Kahn, weißt du was? Kahn, komm mit. Kahn, du guckst dir das jetzt bitte gleich an. Es ist einer von den beiden auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall einer von den beiden. Ich glaube nicht, dass es Tessa ist. Bitte nicht. Ey, das wäre so mies. Kahn, dann die Admin-Pulse. So. Ich würde halt jetzt richtig gerne Claudio finden. Dann würde ich Claudio einfach gerne vor Kahns Augen... Oder andersrum. Ach, ich weiß auch nicht. Ja. Gut, ich geh mal raus. Schau mal, schau mal, was Tanja macht. Schau mal, was Tanja macht. Kahn, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ja, das war jetzt natürlich ungünstig, dass ihr beide noch zusammen rumgelaufen seid. Tanja, es ist Tanja. Aber bist du da gewandet oder was hast du da unten gemacht? Nein, ich bin wirklich nicht gewandet. Ja, aber sorry, von meiner Sicht sah es so aus. Und wenn du da unten bist, dann... Ja, weil kein normaler würde noch da chillen. Ich bin wirklich nicht gewandet. Ich wollte einfach nur gucken. Ja, klar, kannst du auch gemacht haben, aber... Ich bin einfach ein Pilo, wirklich. Ich bin nicht gewandet. Tanja, ich habe dir wirklich vertraut, ehrlich. Ich dachte wirklich, es ist Claudio. Ich wollte auch eigentlich mit dir Claudio suchen und dann Claudio vor deinen Augen killen, aber ich habe ihn aber nicht gefunden. Ja, ich bin weggelaufen. Ich habe mir schon sowas gedacht. Ja. Nee, selbst wenn du nicht gewandet, wäre es halt... Du warst unten bei Admin und da ist keiner, der mit seinen Tast durch ist. Was macht man denn da? Hä? Na, in die Admin-Pulse gucken. Nein, unter den Admin-Pulse. Also quasi... Nein, du warst nicht da. Ich kann dir das sagen. Tanja, wer war denn mit dir? Anna? Blau. Blau tatsächlich. Oh, okay, wow. Dann hätten wir Anna glauben müssen am Anfang. Ja, ihr hättet Anna glauben müssen. Aber jetzt gegen Ende war es tatsächlich schwierig. Eigentlich wollte ich dich mit ins Boot holen, Karl, aber... Hättest du auch fast bekommen. Okay, wir sind jetzt auf The Scout. Ich mache mal den Kill-Cooldown ein bisschen runter. Ja. Auch jetzt auf der Map war der auch eindeutig zu lang. Okay, let's go. Auch ein paar neue Leute sehe ich gerade. Und dann auf dem Weg. Jetzt machen wir mal die Herr-Cooldown. Ich finde das schön, wenn hier bei Electrical alle Aufgaben sind, alle Tasks, ist gut. Schaffe ich ein bisschen was. Ja. Navigation. Okay, also Claudio, dich habe ich zuletzt in Edmund auf jeden Fall gesehen. Ja, mit zwei anderen Leuten war ich noch. Woher war ich los? Ich kam von Electrical. Da war, also vor mir raus kam gerade, ich glaube hier braun, slimy. Und ich habe Jojo und Tessa in Electrical gesehen. Danja, bist du schon wieder da? Danja. Ne, ich glaube sie ist noch nicht da. Sie stand immer noch auf Karum. Also Danja steht immer noch auf Karum. Danja kann es nicht sein. Okay, gut. Ist auch nur ein Kill passiert. Ist auch nur ein Kill passiert. Das heißt, Danja kann es halt immer noch sein, ne? So, hey, sorry. Ich habe gerade einen Titel angepasst, weil das Video ist schon online. Okay. Riri war ein Skirt, ja das stimmt. Das heißt, Riri fällt raus, weil er ganz links ist oder sie ganz links ist. Ich habe leider gar nichts gesehen. Ich stand die ganze Zeit nur da. Ja, alle können sich gerade irgendwie saven. Karum, woher weißt du, dass ich in Admin war? Weil die Türen waren bei mir zu. Ich habe nicht. Ne, im letzten Moment sind die Türen noch aufgegangen. Da kam, irgendjemand war mit dir. Hat jemand den Download oben gemacht auf jeden Fall. Genau, genau. Ist Karum safe? Ja, ja, ich bin safe. Eigentlich sind alle gerade safe. Ja, bis auf Luisa, die jetzt natürlich reportet hat. Aber bei Navigation reporten ist halt immer so, weiß ich nicht. Also normalerweise kann man da ja direkt... Ich glaube, ich skippe. Ich skippe auch. Weil wenn jemand bei Navigation killt, dann wendet man eigentlich direkt. Ja, genau. Und ich würde auch nicht bei 9 voten, aber ich würde Luisa im Verdacht haben. Danja, bist du jetzt wieder da? Ich bin jetzt wieder da, ja. Okay. Ich spiele ab jetzt wieder mit. Eine Post ist wieder mehr da. Perfekt. Eins, zwei. So, jetzt gehen wir unten, machen unseren Upload. Das kann auch Claudio sein, weil er die ganze Zeit bei Admin war, weil nur ein Kill passiert ist. Ja, wir brauchen gar nicht reden. Nein, es ist Anna. Okay. Ich bin recht. Okay. Wie kommst du drauf? Sie ist von Electrical rausgewendet. Also ich stand bei Securities, habe meine Task gemacht, sie ist rausgewendet. Ja, nein, sie macht dasselbe mit mir. Warum machst du das? Nein, es ist Anna. Sie hat genau das, was sie sagt, hat sie gemacht. Okay. Okay. Also du kannst, du kannst, also ist okay, wenn du mich votest, es ist okay, aber dann musst du flippen, weil dann musst du sie voten, weil es ist wirklich Anna. Oh, das ist so frech gerade, aber ich bin erstaunt und Respekt. Es ist so frech gerade. Okay, ich glaube, obwohl, ja, ich weiß nicht. Nein, es ist okay, wenn du mich verdächtigst, aber es ist so frech gerade. Oh nein, ich stand, ihr könnt mich gerne voten, aber es ist Claudio. Nein, das ist nicht Claudio. So, sie hat, weißt du, warum sie, ah, nee, das ist immer, ah, ich frage mich auch, warum sie rausgesprungen ist, wahrscheinlich, weil sie unter Zeitdruck war, aber ich weiß nicht was, aber es ist Anna, aber gute Taktik, komm. So, ich bote dich jetzt auch, Anna. Aber es ist gut gespielt, GG an dich. Also ich verstehe es schon, es geht hier in Among Us darum, die Leute auf seine Seite zu ziehen, das hast du gut gemacht, weil Khan wird mir nicht glauben. Doch, ich habe jetzt Anna gevotet. Ja, es ist Anna, weil ich stand da, habe meine Kabel gemacht und dann auf einmal kam sie raus. Ich habe mich auch erschrocken, ich wollte gerade hinlaufen und dann wurde reported. Also ich bin nach oben gelaufen direkt, ich wollte direkt Emergency Meeting machen. Ja, und damit klingen wir richtig. Wobei, du kannst auch für dich selber gevotet haben als Imposter. Ja, klar, Khan, ich wollte für mich selber, auch wenn ich weiß, dass jemand gewendet ist. Ich hoffe, Jojo ist es nicht, aber ich glaube nicht. Nein. Jo, das war eine schnelle Runde. Nein, wie konnte ich dir nur glauben? Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt, wie du ihm das jetzt glauben konntest. Oh, ich glaube dir gar nichts mehr. Und hast du dich selber gevotet? Nein, habe ich nicht. Nein, okay, du hast... Oh, dass ich dir glaube. Habt ihr die ganze Zeit Double Kill gemacht, Claudio? Nee, nicht die ganze Zeit, aber jetzt die letzten zwei Runden. Also nicht unbedingt, aber ich wusste halt, dass sie killen wird, dann habe ich das auch gemacht. Ja, das war eine schnelle Runde, wir spielen hier noch eine Runde. Ja, das war aber ein sehr, sehr schöner Kill, oder Daniel? Aber jetzt glaube ich dir auch nichts mehr. Jetzt bin ich bestimmt Imposter. Ich bin bestimmt Imposter. Warum bin ich drauf reingefallen? Sonst falle ich nie drauf rein. Aber Riri hätte ich niemals gedacht. Anna, tue es nicht, Anna. Aber es wäre jetzt verdient, wenn es Anna W. und mich jetzt eliminieren würde. Dann wäre es echt verdient. Anna, tue es nicht. Nein. So, ich gehe schnell nach oben, mal schauen, ob da irgendwas passiert ist. Äh, warte mal. Ähm, warte mal. Hat gerade Daniel den Download gemacht da oben? In fünf Sekunden? In fünf Sekunden? Okay, es hat noch keinen erwischt. Erzähl mal, Anastasia. Was ist denn los, Anastasia? Sorry, Anna. Ach Mann, wie, welche Tasks habe ich gemacht? Ah, jetzt fangen die Zuschauer so wie Claudio zu werden. Aber was hast du denn für Tasks gemacht, wenn sie jetzt schon mal fragt? Ja, kann, erzähl doch mal. Alle außer Download. Welche sind das? Die Kabel, dann diese drei Sachen, wo man die auf dem Strich treffen muss. Ja, wo ist denn der Download? Ist der Download ganz links? Mann, jetzt laber mich nicht voll, Mann! Ist der Download ganz links oder der zweite von links? Der Download ist ganz links über dem Vant. Okay, das stimmt. Was hast du denn gemacht? Ja, ich war mit Danja und mit doch jemandem. Wann warst du mit mir? Ich habe dich jetzt zuletzt kurz gesehen. Außerdem, guck doch mal rein. Lime sagt die ganze Zeit, Khan ist safe. Und darauf wird natürlich gar nicht geguckt. Ich wollte ja nur wissen. Ich habe dich doch jetzt gar nicht gesasst. Ich wollte es nur wissen. Lime kann ja dein... Sorry, Anastasia, ich vote dich jetzt. Weil du genauso bist wie Claudio mittlerweile. Und euch beide vote ich jetzt immer. Sorry. Ja, Lime kann dein Impostor-Kollege sein. So ist es nicht, ne, Khan? Glaubst du nicht, dass wir schon einen Kill gemacht hätten? Ja, doch. Ich glaube nicht, dass ich so lange mit einem Kill warte. Das glaube ich auch nicht. Und trotzdem kriegst du ein Vote ab. Oh, das ist... Oh, zwei Votes auf Anastasia. Haben da die Impostor gewocht jetzt? Ja, ein Vote war ja von mir. Kann ja also nicht sein. Doch, doch, Khan, du bist ein Impostor! Boah, wenn ich jetzt ein Impostor wäre, ich würde diese Runde sowas von hassen. Wirklich. Ich würde echt die Krise bekommen. Und wo werde ich? Ja. So, ich spiel, wir sehen das mit Tessa. Also, wir machen jetzt zusammen die Tasks. Super. Okay, wo? Electrical. Okay, dann ist Jojo safe. Tessa safe für den Kill. Also, ich hab leider niemanden gesehen. Du kannst Jojo saven kann? Ja. Okay, das willst du natürlich nicht als ein Poster machen. Deshalb bist du für mich eigentlich auch safe. Ach so, jetzt auf einmal schreist du aber in deinem Studio rum, dass ich ein Poster bin, ne? Kannimali! Ah, ja. Warte, wer? Es ist, glaubt, Riri. Wer hat... Jojo hat das geschrieben, aber ich würd nicht, warum? Weil sie einen Task gefaked hat, sagt er. Ja? Ja, es gibt trotzdem. Es gibt auch. Oh, ich weiß es nicht. Nee, es gibt erst nicht. Oder schreibt Riri. Hm. Warum schreibst du denn Oda, Riri? Wo warst du denn, Claudio? Mit Tessa. Also, ich kann's nicht sein. Tessa hat mich schon bestätigt. Ja, gut, es kam auch nur ein Kill bisher. Ja. Nee, kann nicht sein, Daniel, das ist mein Imposter-Kolleges, weil da ist ein Kill gefallen, den hast du reportet. Nein, Tessa nicht, aber jemand anderes dafür. Mhm. Ja, guck, jetzt haben beide Imposter Riri gewählt. Ah, wieder Riri. Also, Daniel, sorry, du musst das schon klüger spielen, ne? Ich hab geskippt. Mit den Votes. Das musst du schon... Alter, ich hab geskippt. Ich check das langsam nicht mehr. Also, Claudio geht schon ziemlich aggressiv auf mich, ne? Wahrscheinlich wohl wissend, dass ich es nicht bin. Okay, da oben sind ja ganz viele Leute. Bounds schon. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich hab schon wissen, ob wir so einen Zeitraum hinterlassen. Okay, da oben? Ja, ich hab schon? Ja, wird nicht so schnell Welcome. Ja, ich hab schon geskippt. Miribt es nicht so aggression. Und jetzt, wir haben die Ölge, aber noch nicht so憑, dass wir eigentlich kommen. Ich hab schon einen Tag. Doh, was du hier ansonsten? Ich hab schon gesagt, ich hab schon gemacht. Ja, ich hab schon stets Million. Ich hab schon seven, was jetzt auch mal soiques? Ich hab schon gemacht? Oh, du hast du wieder? Das war's für heute. Für mich sind Khan und Claudio beide absolut noch nicht vom Tisch. Ich glaube nicht immer noch, dass einer von beiden ist, nicht sogar beide. Okay, nichts passiert, aber es ist doch nichts passiert. Nee, Emergency Meeting. Ganz deiner Meinung, Tess. Nein. Was? Regen? Lass doch skippen. Ja, ich skipp sowieso, also ich skipp jetzt auch direkt. Lass skippen? Ja natürlich, unsere Tasks sind gleich fertig, guck doch mal oben und wie viele Leute noch da sind. Skippen. Ich weiß nicht, Khan, wenn du sagst, lass skippen. Skippen. Nö, ich würde auch skippen. Ja, aber guck doch mal, wie viele Leute noch. Ja, ich weiß, wir schaffen das auch locker-flockig, aber dann hast du doch auch keinen Stress, oder? Wie gemeint. Naja. Als Crewmate habe ich sowieso keinen Stress, weil meine Tasks jetzt schon fertig sind. Also Danja, ich bitte dich. Dannja, hör auf. Wenn du Impostor bist, musst du das ein bisschen klüger machen. Also Danja, du musst ja schon klüger spielen. Wenn du Impostor wärst. Also Danja, ich bitte dich. Jetzt wieder zwei Boots auf Tessa, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, Lisa ist gerade nicht da. Also Claudio hat auch keine Lust mit uns zu reden. Ähm. Doch, der redet aber. Oh, ich rede die ganze Zeit. Och Mann, ich hab mich jetzt blamiert. Oh, weder zwei Impostor, wo es auf Luisa. Hm. Danja? Das musst du klüger machen. Einfach du und Khan, ey. Dummer Satz. Das musst du klüger machen. Seid einfach ihr. Seid einfach ihr. Ja. Ja, ich mag es heute. Oh, ich wollte es provozieren. Es macht Spaß. Was h passt. Uhm. Du. 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 Unsch Vault. Du. Oh, nein, nein, ich kann, nein, nein, nein! Okay, also, Riri und Laim, Kahn. Also, Kahn, du bist übrigens noch stumm. Ach so, du bist tot und Claudio auch, sorry. Ich dachte, ihr seid noch da. Oh, ich hoffe, die glauben mir jetzt. Das wäre sonst echt ungünstig. Okay. 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 So. Ja, war knapp. Das war sehr knapp. Ja, okay, wird schon zugegeben. Ja. Sehr gut. Ja, es war gerade wirklich traurig. Weil ich wusste nicht, ich glaube jetzt rein. Ich habe geschrieben, Kahn, lauf. Oh, das war so lustig, so hysterisch. Also, es sah halt auch witzig aus. Das war, das war. Okay, jetzt passiert ein Double-Kill. Ja. Was können wir noch tun? Lauuuub. Ja, einfach nur geschrien, lauf, obwohl er reporten so hat. Und ich gucke, Karl versucht wirklich wegzulaufen, aber wohin? Nein, ich wollte reporten, aber meine Maus war nicht auf reportet. Das war blöd. Schade, du hättest es fast geschafft also. Ja. Ist das ein Bug? Oder ist das diese, ach, das ist Showers und Electrical. Ah, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich. Hat schon Sache. Orange, Rot, Grün, Orange, Orange, Rot, Grün, Orange, Orange, Rot, Grün. Rot, Grün, Orange, Orange, 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 Rot, Grün, Orange, 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 Rot, Grün, Orange, 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 Rot, Orange, Orange, Rot, Orange, Orange, Rot, Orange, Orange, Rot, Orange, 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 Rot, Orange, 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 Ich hab's einfach vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Okay, wo? Records. Es ist mir sogar jemand im Augenwinkel nach links gelaufen. Ich hab nicht gesehen, wer. War es vielleicht Tessa? Soll ich mal so tun, als ob ich wüsste, wer es ist? Ja, versuch's. Ich versuch's mal, weil ich hab noch jemanden gesehen, aber ich hab dann meine Tasks gemacht mit den Aktennoten, also Aktenblättern da. Und dann hab ich gesehen, dass Daniel da liegt. Also, Mann, hätte ich mal lieber geguckt. Hm. Also, Tessa war lange bei den Handtüchern. Gut, das macht sich natürlich jetzt auch Sass, ne? Mich? Also, zumindest bei den anderen, Claudio. Ja, schade. Also, keiner fällt drauf rein. Ich dachte, vielleicht können wir es doch so entschlüsseln. Ja, ich hab nicht drauf geachtet. Ach, Mann, weil ich hab, äh, bei Cargo, bei und bei Showers diese Tasks, wo man sich die Sache merken muss, mit den, ähm, Diamanten. Vier Stück. Ich hab's auch so falsch gemacht, deswegen war ich so richtig verwirrt, also war ich nicht bei der Sache. Dann sag es einfach. Ja, toll. Anna schreibt aber nichts, ne? Wo ist René eigentlich? Hm. Ah, schade, ich weiß es nicht. Kahn, achte drauf. Zwei Leute haben mich, also drei Leute ins Klang. Ja, aber das war ja klar, weil du nichts gesagt hast. Hm. Nein. Naja, immerhin, wenn die... Blau und Pink. Ich meine Blau und Pink. Alles. Orange, rote, grün, orange. Orange, rote, grün, orange. Orange, rote, grün, orange. Orange, rote, grün, orange. orange, rot, grün, orange. orange, rot, grün, orange. orange, rot, grün, orange. so, orange, rot, grün, orange. Perfekt. Stark gemacht Anastasia. Cutlet. We'll begin by a few more minutes after that. okay jetzt hat es beide erwischt ich habe nichts gesehen wieder mal gar nichts also ich habe Lisa zwischendurch bei der Fotosache gesehen deswegen würde ich sie da rausnehmen alle anderen habe ich kaum gesehen Tessa vielleicht auch aber ich weiß nicht ich kann Luisa und Tessa sehen ich weiß nicht also ich glaube Jojo und Anna okay Anna ist es ich glaube schon weil alle anderen können sich safe und Lisa meine ich ist auch weil sie war da lange bei den Fotos und sie hätte mich da killen können ja okay beide Impostor haben jetzt mich gewählt am besten wäre eigentlich wenn ich jetzt sterbe eigentlich das war dann wirklich ja und da hat man ja auch das war dann ja auch und da hat man ja auch so dann hat man ja auch Nastasia macht das gerade wieder gut. Sie ist doch nicht so wie Claudio. Ich glaube, jemand ist rausgegangen. Anastasia, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich gucke weiter. Oh, okay. Anna ist es doch nicht. Aber ich war mit Anastasia die ganze Zeit zusammen. Äh, wo denn? Cargo Bay. Gut, ich glaube, es ist Jojo. Ich glaube, es ist Jojo. Jojo. Es sind noch... Boah, es sind auch noch beide Imposter drin. Ah. Vielleicht ist es doch Lisa. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bleib mal nicht auf stumm. Ich AtéBM class pruebe. люди journals importe. Ich gebe dich. Ich sage, es ist dieage. Ich gebe es nicht. Ich gehe die Berufspagne. Oh man, keine Ahnung. Ja, okay, jetzt endlich. Was? Oh mein Gott! Krass! Gigi, das war ja mal richtig stark. Das war stark. Ich dachte, ich hab dir gespoilert, weil ich geschrieben habe, just do it. Ich dachte, vielleicht weißt du es jetzt, aber Gott sei Dank nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ne, also woher hätte er das wissen sollen? Er sieht ja, als leben da nicht, wo wir als Geister rumschweben. Okay, ich würde eine letzte Runde noch machen. Alright. Auf derselben Map? Ne, auf Polos. Also Anastasia hat sehr, sehr gut gespielt. Weih, wir haben gut gespielt. Ja, ich hab Luisa aber die ganze Zeit nicht gesehen, deswegen. Nun gut, schauen wir mal. Letzte Runde. Ich wünsche euch auch viel Erfolg. Ich werd nicht mit dem Poster jetzt werden, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, wir geht in meinen Augen zu sehen. Okay... Bye... Ja, circa 말고 zu sehen! Los, komm mit dann, ja. Ja, ja. Karn, Karn, wo bist du hin? Karn, Karn, wo bist du hin? Karn, Karn? Nein, Karn beworben. Karn, okay, ich hab Karn wieder gefunden. Alles gut, okay, okay. Ich bin das Cefalien. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir verlieren die Runde sowas von, ich bin nie alleine, guckt euch das mal an Und ich glaube, mein Impostor-Kollege oder Kollegin macht auch nichts Das ist ein bisschen schwierig Ich habe verworrt Uh, Gott sei Dank Okay, erst ein Kill Ich hatte gerade so Angst, Luisa ist mir hinterher gelaufen Okay, also Luisa wird verdächtigt, Khan wird verdächtigt Ne, Luisa bin ich verdächtigt, sie habe ich nicht verfolgt Tessa wird verdächtigt Nein, aber Anna hat Khan verdächtigt Aber ich war eigentlich die ganze Zeit mit Khan Ja, also es ist richtig, dass ich von da kam Aber gut, ich war halt auch mit Danja die ganze Zeit Ja, also um ehrlich zu sein Wir haben gerade mal zwei Kills Und die Tars sind gleich schon durch Musst du noch eine Tars machen Ja, äh, Hanni ist gequittet Ja, noch besser Ja, ich skippe Also, Lisa ist zu 100% safe Das kann ich euch ja sagen Ja, Khan eigentlich auch Ich war die ganze Zeit mit Khan Wollen wir zur Sicherheit Khan voten Aber dann, dann machst du ein bisschen Stütz Weil warum sagst du, dass er 100% safe ist? Weil ich bei Khan war Ich habe ihn nur kurz nicht gesehen Ne, als das Licht aus war Da habe ich halt nur meinen Kegel gesehen und seinen nicht Aber das war auch das Einzige Ne, warum? Ich sage, Lisa ist 100% safe ist Weil im Lab diese Aufgabe ist Da, wo ich auf jemanden warten muss Und da stande, waiting for Lisa Deshalb sage ich das nur Ne, ich habe geskippt Irgendwie sind Khan und Danja verdächtig Irgendwas stimmt da nicht Dass sie nicht gegeneinander schießen Und sich verdächtigen Macht mir, macht mir Angst Ich habe geskippt 4, 5, 6, 7, 8, 5, 5, 1, 2, 3, 2, 1 Oh, danke. Kam, was hat ihr die Beide davor? Bitte? Was hat ihr die Beide davor? Warum hat er mich so verfolgt? Mit wem? Luisa. Luisa ist doch mit dir dahin gekommen. Ich habe mich gerade gescannt. Anna verdächtigt Anastasia. Du verdächtigst Kahn und Luisa. Luisa saved Claudio und Kahn. Das ist ein bisschen durcheinander. Tessa saved Claudio. Oh, save. Falsch geschrieben, sorry. Alle Sassen, alle. Ja, aber save machen auch irgendwie alle, alle. Ja, deswegen ist das gerade voll komisch. Es ist doch aber trotzdem, macht doch einfach eure Tars. Ja, save, machen wir. Aber du sagst ja meistens das, weil du aus der Richtung kamst, wo die Leiche lag vor der letzten Runde. Das wird mich halt nicht vergessen. Und was mich halt stutzig macht, ist das. Ja, aber trotzdem, es macht doch jetzt keinen Sinn, mich rauszuvoten, wenn wir noch so viele Tars haben. Ja, ich wollte dich doch auch gar nicht. Ich sag's doch nur. Ja, aber du weißt doch, wenn du das reinschreibst. Ja, aber guck mal, einer schreibt das rein. Jetzt findet mich wieder alles fast. Finde ich nicht in Ordnung. Ähm, Kahn. Ja. Jetzt sag ich euch ein bisschen. Nee, natürlich nicht. Ähm, was mich halt stutzig macht, ist, dass Danja und ihr, weil ihr euch so deckt, so, das kann eigentlich, ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ja, aber ist eben Braun nicht rausgegangen. Und die Tars-Bahn ist nicht nach hinten gegangen. Das heißt, Braun muss doch eigentlich, äh, Imposter sein. Oder wie läuft das? Weiß ich nicht. Ist aber ein guter Punkt von dir. Ja, muss doch so sein. Kann sein, aber... Tschüss, Kahn. Ja, gut, ihr habt recht, ich war's auch. Ja, und Danja hat's beschützt wahrscheinlich. Ja, nein, ja, aber ich hab's schon in der Runde gesagt, weil, äh, in der ersten Runde kam kein Kill. Also, ich hab die ganze Zeit gewartet und zwischendurch war ich mit Danja und mit Luisa auch alleine. Ja, und du hast das Licht ausgemacht und bist dann weggerannt. Und ich wusste, dass du Imposter bist. Nein, 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 nein. Nicht? Ich dachte, du bist immer zum Killen weggegangen. Nein, nein. Ähm, ich hab, äh, mit Braun war ich dann immer da und ich wollte eigentlich Double-Kill machen, aber Braun hat nie gekillt und dann war's aber ein bisschen schwierig. Ach, du wolltest einen Double-Kill machen gegen mich? Ich hab die ganze Zeit gesagt, ja, ach, ich wüsste kann jetzt, ich weiß, er ist Imposter. Ich dachte eigentlich schon, dass ich nach meinem ersten Kill direkt raus bin. Ja, eigentlich schon nicht. Wollte ich's eigentlich auch direkt zugeben, aber dass ich überhaupt noch überlebt habe, hätte ich nicht gedacht. Ja, weil Danja hat dich zu sehr gesatet. Ich dachte mir so, hä, warum macht das Danja? Ja, ich hab... Ja, aber es war auch so. Ich war ja mit Danja die ganze Zeit unterwegs. Ja, also, es war wirklich so. Ich wollte aber einen Double-Kill machen, aber es hat die ganze Zeit nicht geklappt. Ja, Danja, guck mal, er wollte dich eliminieren. Ja, ist doch okay, ist ja so ein Job als Imposter, aber ich wollte einfach, dass er jetzt noch mit einem schönen Win da rausgeht und hab gesagt, komm, K, du bist jetzt Imposter, jetzt mach mal wenigstens noch einen Win, wenn ich dich schon save. Ich hab wirklich in der letzten Runde gehofft, also in der Runde gehofft, dass jetzt mein Imposter-Kollege oder Imposter-Kollegin das auch macht, aber es kam kein Kill die ganze Zeit und irgendwann war schon die Taskbar auf der Hälfte. Da hab ich gedacht, alles klar, wir haben sowieso schon verloren. Ja, schade. Aber da war für mich auch klar, es war nur eine Frage der Zeit. Ja, war doch. Das war leider nicht so gut in der letzten Runde, aber ich bin froh, dass ich noch die eine Abstimmungsrunde gewonnen, also nicht rausgeflogen bin, da war ich relativ glücklich. Ja. Sogar zwei, sogar zwei hab ich geschossen. Ja, du hast zwei Abstimmungsrunden überlebt. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.